auf jeden Fall überhalte ich aber so ich benutze ihn jetzt nicht so gut ne ich müsste den ehren erst mal upgraden ja aber reparieren kann ich den Kram ja genau toll sie müssen kaputt ist ja auch geil drauf verkrüppelt Bolo Machete i will ich unbedingt modifizieren m was habe ich da noch mal so ah ja nichts cool m noch ein zweites Mal schon hat es das Ding ein bisschen geiler Telefone Elektroschrott glühende Klinge Mod große Batterie was ist eigentlich das der beste Mod davon guck grad mal so warum habe ich eigentlich den starken Vorschlag kann man nicht drin glühende Klinge Mod ist schon mal blau Zauberstab ist lila so Kurzschluss ist auch lila ja ja ich weiß wie ich ihn umbaue schluss schluss ich drücke mal escape schluss 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 scheiße ist das mies die gefällt mir und zwar sowas von mit der LP 4000 Batterie schluss m m m bolo machete ganz nett wo wird die denn jetzt ausgerüstet ich gehe nochmal runter zu der Ollen und die legt ein bisschen was ab ja, mach das kriegen wir immer so viele Sachen, das ist immer recht nervig Spaltachs kommt weg Decknippel 23 Achs da hin schwere Pistole 400, 350 dahin Machete-Schock Also, Moment die Knippel kommen weg die Bolo-Machete, muss ich mal schauen ob die hier Ich muss mal kurz Bolo-Machete, da haben wir viel Geld, habe ich noch 200 wow, das lohnt ja auch ganz toll nicht wirklich Oh mein Gott, das ist die Irre Ich packe erstmal meine Bolo-Machete weg und ähm So, mittlere Medikits Die würde ich nicht wegpacken Doch, erstmal schon Ich will die gerade benutzen Ne, ich will, ich habe sie ja gerade weggepackt, deswegen So, darf ich sie haben? Ne, ich kann die halt noch upgraden, ich habe gerade keine Kohlen Und wenn sie abgehört, dann ist sie ja besser als eine meiner Waffen Alle Oder was? Ne, ich habe die gerade in der Hand Ja, ich habe hier eine, eine meiner am stärksten Waffen Das sieht nett aus Der hier, glaube ich So, haben wir denn noch was hier zu erledigen? Nein, ich glaube nicht Da oben ist noch eine neue Quest Ich habe mir alle Nebenquests zum Beispiel abgeschlossen Ja, also los Wir fahren jetzt mit dem Panzerwagen zurück Äh, wo bist denn du? Was ist hier oben drin? Ne Doch, bei O-Wayne O-Wayne? O-Wayne 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 Hä, was ist denn Ist dann, hat er noch eine neue Quest? Ja, anscheinend, ne? Okay Okay Ok Ok Wir graben Suche einen Sparren für O-Wayne Schwierigkeit gerade einfach Belohnungen 150 P und böse sicher das sind nebenquests wahren mit dem körper also mit nahrung mit kommenten waffen zur rettung für waffen achso ich suche einen sparten und das ist er ach ja genau das war das so wo sollen wir jetzt einen sparten herbekommen ich hab keine ahnung Lauf vielleicht finden wir einen auf dem Friedhof vielleicht wär ja sinnvoll ne vielleicht wurde einer vergraben ich hab im Moment der Belegte glaubt das liegt ein bisschen an Aufnahme keine Ahnung hab ich so zwischendurch mal so ein lag so leicht das Open ist so nicht gibt es da noch wirklich keine Hilfestellung dafür ich glaube nicht bin mir allerdings nicht sicher hm das ist ja toll ja ich stimme dir zu super achja dann mal fein ii tote Leichen wenn ich mich nicht irre vielleicht hab ich sogar einen abgelegt auch der lag schon wieder na gut dann habe ich vielleicht sogar einen abgelegt ne 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 ich hab irgendwann mal in irgendeinem in irgendeinem Dingshaus da eingesehen aber so wo finden wir denn den letzten Sparten boah ja das frage ich mich auch ich glaube nicht dass sie einen herkriegen ganz ehrlich ich hab einen gesehen schon mal in einem Haus also in einem Geschäft glaube ich war das aber tja wo keine Ahnung hm 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 ja 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 weil jetzt einmal hier durch die straßen irren bringt es auch nicht na gut vielleicht finden wir ja ein äh Geschäft ich glaube nicht von wenn ich ehrlich sein soll ich glaube nicht von man mit den ok also meine polo machete gefällt mir jetzt schon lag ich sage jetzt jedes mal lag und das lag auch aber auch dort wo er zu tausend Kuhn ich möchte wie sich bewegt Alkohol und einzigartig das ist m aber sparen die noch ganz viele Sparten auf kraftlos beim Ticket ja das war alle Jungs sind ich irgendwo ein Scheiß verdammtes auch so ein Assi aufpassen Leck treten Halsbretter wow hm 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 und trotzdem kein Sparten nö ich schau mal oben nach vielleicht liegt dir hier was hm 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 nein nö 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 leck trotzdem nicht r leck ia so hier glaub ich auch nicht Tja, nun. Also, ähm. Bin schwer angepisst. Was geht denn bei dir? Gesundheit. Ach so. Tja. Tja. Hallo. Spaten. Gibt es viele Spaten, die hier rumlaufen, aber... Ja, 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 haben wir auch schon gemerkt, aber... Ansonsten... Nicht wirklich, ne? ein nun kommen auch nicht rein wenn man das geahnden hätte man es ja 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 das sind Spolt Acht mit dem das Medikirchen Arscht m wo bist du da hinten wir sind nicht so kleines zum Beispiel das war auch hier ist das er gegen den Schnitt er hat er geht es hier er hat bestimmt kein spartan zu hause guten tag böse sich ich brauche das nicht ganz ehrlich ich würde gerne alle nebenquester schaffen aber ganz ehrlich wenn wir kein sparten finden jetzt hier so auf dem rückweg ich hab eigentlich keine lust mehr zu jetzt noch stundenlang rumzusuchen ne wirklich ich würde jetzt gerne im hop quest weitermachen jo 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 es ist ähm jo rennen wir mal man wird schon wieder zurückkommen und die fest abschließend oh werkbank wir müssen dann nur eben an einen sparten denken sparen 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 okay er merkt hab grad drei 3 ja es ist hey hier ist noch jemand Händler Händler was hat er in der Dornen wird auch nur Sachen im die Anderhürtel der hat Fackeln dabei ach da 2200 wow ich geh ein paar Milis einkaufen ich nicht ich schon So, ich renne schon mal ein bisschen zurück. Danke, das reicht.